Moin moin und da sind wir wieder zurück bei Minecraft Adventure Map T3C T3C mit dem Andreas und mir dem Julian auf Mooncraft, yes baby Und ähm, ich hab jetzt mal das Texturumpack geändert, weil ich hab ja eigentlich gesagt, ich wollte das Texturumpack ändern in einer anderen Aufnahme Und da hat Andreas mich mal dran erinnert und so hab ich jetzt auch mal 20 FPS, obwohl ich normalerweise ja mit 30 aufnehme Das kaut bei dieser Adventure Map leider nicht hin Was? Ich hab keine Ahnung Äh, hier ist noch ein Panzer... Du hast 20... du hast 20 FPS? Wow, Andreas Weil wegen... nur weil ich dein scheiß Panzer eingesammelt habe... Fick dich! Wo ist mein Panzer? Da hin? Da hin? Ja, ich hab das außerdem schon geschafft hier Ja, mir auch egal Ja, mir nicht Was? Du musst ja immer den... Ground to... Äh... Hitten Wie auch immer Was? Nix Oh Ich hab jetzt nicht gehört, das ist unfair Du musst ja auch immer den... Ground to hard hitten Wenn das so ausgesprochen wird Hit the ground to hard Ja und, was ist damit? Ja, wieso stirbst du immer mein... Gott Weil ich das rückwärts machen will Schaffst du nicht Arschbombe! Alter, wie das gelaggt hat, nicht? Nochmal eine Arschbombe! Alter Mit wieviel spielst du? Neun Oder vierzehn Was ist? Wie das grad aussah Was denn? Frei! Frei! What the fuck? Komm schon! Komm schon! Wenn das wenigstens stabil bleiben würde Aber nein, es geht von zwanzig auf neun Von neun auf zwanzig Scheiße Lappen PC Ich... Ich hatte schon mal vor Meine Mutter zu fragen Ob ich bei ihr einen Präsid aufnehmen darf Ehrter? Bei meiner Mutter zu fragen, ja Und? Hatte ich vor Hab ich aber nicht getan Hatten wir eigentlich schon das Eisenhaus? Nein, oder? Weiß ich nicht Diamant hatten wir, glaube ich Und? Wieso hast du nicht gefragt? Hab ich nicht getraut Aber ich kann ja mal fragen Ich glaube, mein Vater wird seit am Arsch Dann kannst du's mal Wieso machst du jetzt hier einen Goldblock hin Und zweitens, wieso spielst du dieser Scheiß Ding uns nicht? Ich weiß es nicht Und das mit dem Goldblock dort habe ich was zu stellen Deswegen Werfen woanders hin Entschuldigung Nein, das entschuldige ich nicht Ich muss das doch mal langsam hier schaffen Die hohenköpfigen Fixer Die diesen PC zusammengebaut haben Obwohl's bloß einer war Vielleicht waren's auch mehr Der hat keinen Angestellten, der mir den zusammengebaut hat Vielleicht hat der Sklaven in seinem Keller Da war ich doch drin im Keller Ernsthaft? Ja Vielleicht hat sie derzeit auf den Dach umgeschafft Okay, da war ich nicht Nein! Guck mal mein Ich hatte es zur Konfirmation Habe ich von meinen Eltern den PC geschenkt bekommen, ne? Und ich kannte mich da bisher noch nicht mit PCs aus Und jetzt kenne ich mich damit aus Und jetzt habe ich keine Konfirmation mehr Ja Ich meine das hat jeder an sich aber Ja Scheiße Nein! Ich habe den falsch eingesetzt Ich brauche mindestens 1000 Euro um den PC neu zu kaufen Oh Das ist jetzt scheiße Was? Ich habe dieses Teil weggeworfen Jetzt muss ich mir hier einen Glowstone wiederholen Ich würde ja gerne aufnehmen, aber ähm Ich habe ein 4 zu 3 Bildschirm und dann Ach ne, kauf du dir am besten 100 Euro Bildschirm anstatt ich mir einen 1000 Euro PC Lieber einen 1000 Euro PC Ach ne Ach ne Aber trotzdem könntest du dir mal bald einen Bildschirm kaufen Ja, ich kaufe doch nicht von meinem eigenen Geld einen Bildschirm Na klar Wer nicht Der PC Was? Alle mussten einen von seinem eigenen Geld kaufen Sagt wer Ja Mirko, Linus Äh, äh Na klar Niklas, ne Niklas nicht Ja und der PC gehört ja nicht mir Ich teile den ja mit meiner Familie Sondern die alles ist dazu bezahlt Und der sprintet nicht wie Wer Mein Vater sagt, nein ein neuer Bildschirm kommt nicht in Frage Der funktioniert doch noch Aber wenn ich die Cola Flasche rein haue Boah Ich bin Notch Ich 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 setze Sprinten auf Doppel W Was ist daran so schlimm? Dass ich nicht sprinten kann Boah ich bin die ganze Ich bin Ich bin einer der die ganzen anderen Computerspiele macht Ich setze Sprinten auf Doppel W Ebenfalls Ja Ja Bei Battlefield kannst du Doppel W drücken Oder Oder Shift oder sowas Wie scheiße ist das denn wenn du dir eins von beiden ausruhen kannst? Man kann beides einstellen, beides gleichzeitig Entweder drückst du einfach Doppel W oder du drückst die Shift Taste oder welche auch immer Übrigens ich kann euch nur empfehlen falls ihr die Sprache Englisch so einigermaßen gut beherrscht dann schaut doch mal bitte bei Dock Ähm 77s Kanal vorbei Obwohl er Natürlich ist er ja viel viel berühmter als wir aber Ich weiß nicht ob das stimmt aber ich glaub wenn man Shift beim Fallen drückt dann fällt man viel langsamer Kann sein Okay Übrigens wir haben gerade eben DayZ aufgenommen Ich fand die Aufnahme war eigentlich ziemlich geil Ja Nö man fällt nicht langsamer Wo muss ich hier hin? Wo bist du denn? So Ähm warte mal Lol Ah hier hin Bist du sicher? Ja Ja Ich bau dir hier ein Checkpoint hin Wo? Ich will kein Checkpoint Ich will kein Checkpoint Ja 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 ich weiß Ja ja ich weiß Was? Was hast du da für nen Scheiß? Was ich mache? Ja Weiß ich nicht Mann ich bin so gut im Wenn ich ohne Aufnahme Ich bin aber in der Weise Warum warst du jemals gut? Ich bin immer gut Andreas du auf die ganze Zeit rum zu lügen Was? Lügste in der Aufnahme Ich bin immer gut gewesen in Adventure Metal und bin auch noch gut Das sieht man ja Geht nicht Geht nicht Ich bin super gut Andreas, besser als du Überhaupt nicht Wenn ich ohne Aufnehmen mache schon Überhaupt nicht Ich war immer vor Fast immer vor dir ohne Aufnehmen Nein Fast immer Ähm nein Klar Nein Ich erinnere dich bloß an dieser vor An die vorher Vor dieser Challenge Die Stein Challenge Achso ja Genau Da warst du wirklich besser Aber den entscheidenden Ähm Dingstens habe ich den noch gemacht Was? Ja das habe ich Ja weil Keine Ahnung Ja ähm Keine Ahnung Da kriegt man doch schon wieder schlechte Laune So nen Scheiß hier Ja Du richtst mich auch schon wieder auf Hä was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Du glaubst mir nicht Auf hier mal scheiße zu labern Du glaubst mir nicht Du provozierst mich Ich weiß was noch rein provoziert Was machst du da für einen Scheiß? Ich baue gerade meine eigene Adventure Map Unmöglich Was? Was? Was du da baust Hä? Du sollst ja hier runter gehen Ich geb auf Was? Okay ähm Julian Ja Aber beim Checkpoint dort hinten musst du wieder äh create aus Äh wenn du es schaffst dort hinten wieder create ausmachen Wie weit hätte man hier springen sollen? Wie weit hätte man hier springen sollen? Hier create ausmachen Okay Alter was ist das denn für ein Scheiß hier Nein Nein Was? Nein Ich hab den Diamanten weggeworfen Hast du den Checkpoint Öffnen wir aber den Checkpoint Alter Oh nö Leitersprünge Oh nö Alter Ich hab gesagt du musst den Checkpoint öffnen Ja Ja Mutter Die wollen die Samen sich getrennt Wirklich? Ja Dieter hat also der Vater hat ne neue Ja Bist du sicher dass das nicht einfach bloß wegen der Show war und Ne die hat richtig geheult deswegen Er kann sie doch auch Kann sie doch auch schauspielern Alter Nein Was? Sie ähm Er hat ne neue und er hat auch Fotos von der gemacht Also mit ihr Kann doch auch sein dass es bloß um die Zuschauer geht Bei RTL weißt du nie so richtig Das sagst du nur wegen dieser Gamer Sache Weißt du was denn Was für ne Gamer Sache Weil die Gamer dort irgendwie Als fette stinkende Typen beleicht worden sind Ja wurden sie Was wir eigentlich ja sind Wurden sie Andreas? Ja auf der Gamescom Ich glaub das war explosiv Sie haben gesagt Ähm Auf der Gamescom 2012 In Köln Laufen so manche schrägen Kreaturen rum Die kein soziales Leben haben Ähm Kein soziales Leben haben Und sich wenig pflegen oder so Kann doch sein dass es da so welche rumlaufen Ja Komm wir sind nicht besser Was? Ich sag's ja nur Wir sind ja nicht besser Als was? Als Wir duschen uns auch nicht Hä was sagst du von der Fresse? Ja Auf jeden Fall Wir vergessen Duschgel Wenn wir uns duschen und so Nein Loll Ja wovon redest du? Achso Ich weiß was du letzten Dienstag getan hast Was hab ich denn letzten Dienstag getan? Ich hab's geschafft Was? Scheiß Druckla Druckla? Druckla Achso, Entschuldigung Druckla genau Ricola Nein, es darf jetzt nicht regnen Bekomm ich Stress mit der GEMA Wenn ich ein Lied anmache Äh was ähm Wo ich aber drüber rede So dass man das manchmal nicht hört Ja, bestimmt Weil gewisse Herren Zum Beispiel Der Herr Gronkh Der hat ja gemeint Er muss ganz viel reden Damit man das Lied nicht so hört Weil das GEMA geschützt ist Bei so einem Spiel Das Lied?